Ja, was geht ab, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zur finalen Episode von Life is Strange Before the Storm, so, weiter geht's mit der letzten Episode, die Hölle ist leer, also mal schauen, was das Finale für uns bereitet, let's go Wollen wir doch mal schauen, wie gut das Finale sein wird, bin ich gespannt Dann zeig mal her Ich fühle mich, wie mein Vater blüht über etwas für einen Moment, aber ich weiß, was es war Es gibt viel Blame, um sich herumzuhren. Was bedeutet das? Du versuchst meine Hand, das ist eine Konsequenz von deinen Akzenten, Hölle Wir beide agree, dass die beste Sache für alle an dieser Stelle ist, dass ich mich in die Mitte In ein Millionen Jahre, ich habe nie gedacht, dass du David wählst über mich Hey! Blackwell's done with me, I can't go home anymore Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up Whatever you do, don't open the door I want my fucking money! Juliette Juliette Is wailing That infernal inferno is the culprit, closing down the road and robbing us of our aerial No fucking chance! I swear to thee, we shall fly beyond this isle The corners of the world are mere prologue What sayest thou to my most hopeful wish? Yes Yes Let's leave For real If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel That woman you saw That wasn't my mistress That was your mother I want to tell you all of it But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays Of course Can I lick my nose bro? In every way that matters Rose is my wife And your mother But the woman you saw at the overlook Her name is Sarah Your...birth mother I'm gonna tell you everything Rachel Everything I've shielded you from For so long But the truth can be hard to look at Is this really something you're ready for? Chloe Ich bin hier Ich bin hier Hier Gut Ich brauche dich Okay, let's go Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es war wahr, wir besuchen. Es war das Schmerzeste besuchen von meiner Leben. Es war ein Besuch. Ich habe sie gesagt, dass ich glücklich für sie war. Dass sie sich so fühlt, dass sie ihre Leben zusammenfassen hat. Aber sie hat nicht nur einen Tag zu entscheiden, um eine Mutter zu sein. Nicht nach dem, was sie getan hat, sondern nach allen Menschen sie verletzten. All die Leben sie verletzten, ich sagte, sie hat die größte Geschenke in der Welt gegeben. Die Chance zu sein, ihre Mutter zu sein. Und sie verletzten es. Es war mir schmerz, sie so zu verletzten. Aber ich mache es wieder. Und wieder und wieder. Um dich sicher zu halten. Es war das erste Mal, dass du sie gesehen hast, oder sie mit ihr in 15 Jahren gesehen hast? Nein. Ich schreibe sie Geld. Every single month. Es ist unsere... Arrangement. Aber jetzt, sie will sie mich sehen? Ja. Aber Rachel. Es kann nicht sein. Äh... Warum nicht? Das ist ihre... Nicht ihre Entscheidung. Äh, genau. Warum nicht? Warum nicht? Wenn das ist, was Rachel will. Warum nicht? Warum nicht? Aber ich weiß nicht, dass sie mich mal wiederhtern. Und vielleicht, dass sie mich zu sehen will, bedeutet, dass sie besser geworden ist. Vielleicht so. Aber über 15 Jahre hat sie das Geld an dich gefordert. Rachel. Ich denke, ich brauche zu liegen. Ich kann nicht... Wo seid ihr zwei? Wir sind auf der Party der Besetzung. Ich habe Rachel schon acht Mal getextet. Ich glaube, dass wir... Nicht, dass wir noch kommen. Du solltest kommen. Jesus, bleib doch mal locker. Alle sind total gerettet. Ohne Sicherheit wird es keine Vorführung geben. Im Ernst, komm einfach. Bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. So, sind wir fertig? Gut. Was soll man denn hier noch? Hard to argue that Rachel would have had a better life with Sarah. But does that make what James did, right? Ich finde schon irgendwo, muss ich zugeben. Er hat versucht, sie zu beschützen, würde ich im Prinzip auch machen. Einmal schauen, was wir fixen können. Einmal schauen, was wir fixen können. Okay, let's travel. Episode 3, die Hölle ist leer. Ich brauche einen Weg, um Rachel zu zeigen, dass ich hier für sie bin. Rachel ist so viel Liebe, aber sie scheint so... An unsere wundervolle Tochter für den Abend ihres ersten Auftritts. Hals und Beinbruch. Wir lieben dich, Mama und Papa. Okay. Für Rachel da sein. Rachel weiß sogar, wie eine dinkige Lamp zu machen. Rachel hat so viele Inspirationen. Sie kann sie nicht alle enthalten. Ähm, was ist denn das? Lu Ying und Hadass Yang von Rachel Amber. Denke zuerst daran, dass du geliebt wirst. Sei zuerst gewappnet. Was war denn da? Du kannst immer sicher sein. Sicher. Aber aus der Hoffnung. Ich kann irgendwas dazugeben. Aus welchem Grund auch immer. Geht mal einer. Die Taschenlampe oder was? Äh, Chloe, schließe nicht ab, falls du nach Hause kommst, okay. Äh, ich kann grad nicht. Okay. Was haben wir denn da noch? Öffne das mal. Ich könnte so ein Zeugnis bekommen. Ich will einfach nicht. Ich weiß was, Miss Arcadia nicht. Okay, es geht immer noch um das Feuer. Alles klar. Was gibt's hier? William Shakespeare. Rachel ist wirklich in den Sternen. Ich wundere, ob es ihr Weg ist, sich verbunden zu fühlen. Ich wundere, Rachel würde lieber irgendwo sein, aber hier. Maybe I can make the world a less scary place. Etwas, das Rachel sagt. Etwas, das ich sage. Nehmen wir mal erste Option. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein Zeugnis. Ich glaube, es hat Rachel gesagt. American Rafidia. das definitiv gibt es hier noch was ich machen kann das Licht braucht mehr Licht ich frage was ich hier finden könnte, um das Nachtlicht zu erinnern Ich wünschte es gibt einen Weg, um das Licht zu erinnern Hey Rachel, ich bin glücklich, dass du hier bist, Chloe Natürlich Ich weiß auch nicht, wie mache ich das Ding heller? Ah Taschenabwehr Ich bin Krebs, ja das ist cool Ich kann nicht vorstellen, was Rachel denkt jetzt Ich will sie mir sagen, wenn sie bereit ist Ja 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 Das sieht cool aus, muss ich sehen, das sieht mega cool aus Schön Schön Ich dachte, du magst es Ich habe immer liebte Stars Warum? Sie erinnern uns, dass es so viel Schönheit gibt ... ... weil wir uns blinden von dem vor uns ... 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 Aber dann habe ich die Wahrheit gelernt. Die Sterne, die wir sehen, haben schon seit Millionen Jahren mitten. Sie sind alle... Lüge. Äh, immer noch schön. Steine sind blöd, ne, will ich so nicht sagen. Aber das macht sie nicht weniger schön, oder? Ich weiß nicht. Wenn sie nicht sogar real sind, dann... was ist der Punkt? Es ist all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I don't know. I bet there's, like, one other chick in Australia who's super trustworthy. No champs. You're one in a hundred infinities, Chloe Price. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That... My real mother was gone. Und tschüss. Und tschüss.